Endlich ist es soweit. Die Spoiler zu One Piece Kapitel 1119 sind raus und die große Frage, die im Raum steht, ist natürlich, wird es die Vollkatastrophe, wie einige erwarten, oder wird der Goda das Schiff schon schaukeln? Lass uns das gemeinsam herausfinden, es sei denn natürlich, du möchtest nicht gespoilert werden, dann weißt du Bescheid, schalte am besten an dieser Stelle ab. Wenn du gespoilert werden möchtest und das mit gepflegter Regelmäßigkeit, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen für mehr Spoiler-Videos und natürlich viel mehr One Piece Content. Kommen wir nun zu den Spoilern zu Kapitel 1119 und zuerst gibt es mal eine gute Nachricht. Keine Shenanigans, keine Toon Force, zumindest laut den Spoilern, es wird alles glimpflich ausgehen. Die Aufreger, die wir im letzten Kapitel haben, was für schreckliche Dinge jetzt passieren könnten mit Jolie Bonny, waren ja mehr oder weniger unbegründet, würde ich nicht sagen, denn es hätte ja passieren können, aber am Ende waren sie obsolet, denn es ist nichts passiert, was viele erwartet haben, sondern es ist das passiert, was ich erwartet habe und ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe die krasseste Theorie gehabt, ich sage einfach nur, meine Hoffnungen wurden bestätigt in Oda. Aber kommen wir zu den Spoilern zum Anfang dieses Kapitels, denn dort haben wir nämlich noch dieses große Ding, was im Raum steht, diesen Elefanten oder besser gesagt diesen Sonnengott und zwar zwei davon, Ruffy und Jolie Bonny in der Nika-Form. Und die Riesen feiern das richtig ab, die feiern die und die feiern die an und sagen, ey, zwei Nika ist richtig cool, das Ganze. Und Ruffy, ja, der erklärt jetzt erstmal, was jetzt Sache ist, denn die Gorosei sind hinter ihnen her. Markus Maas, den wir auch noch kurz sehen, der nämlich auch gesehen hat, dass Jolie Bonny sich verwandelt hat und gleich festgehalten hat, das ist eine Fake-Transformation. Ja, das kann gar nicht wirklich sein, das ist nicht der Nika, richtig, denn sie sieht eigentlich nur aus wie Nika und um genauer zu sein, sieht sie aus wie Ruffys Version von Nika. Ruffy erklärt, diese Gorosei, die kannst du im Grunde gar nicht besiegen, die regenerieren so schnell, also einfache Verletzungen bringen nichts, du musst sie wegschleudern mit Wucht. Ja, damit sie aus dem Weg sind, damit wir weiter fliehen können, müssen wir sie wegschleudern. Und dann kommt es tatsächlich zu einer Kombo-Attacke, wie ich sie erwartet habe, nur, dass noch mehr Leute daran beteiligt sind und zwar nicht nur Ruffy in der Nika-Form, nicht nur Bonny in der Nika-Form, sondern auch Sanji, der sich dann tatsächlich auch mal bewegt und Frankie ist auch mit dabei. Vielleicht sind das ja auch Foreshadowings gewesen, dass Sanji gesagt hat, er möchte denen dort oben in der Labo-Face Nami und Nico-Robin helfen. Frankie hat ja gesagt, er möchte dem Schiff, also der 1000 Sunny helfen und das ist jetzt wahrscheinlich hier ein Teil ihrer Hilfe, indem sie sich in dieser Kombo-Attacke gegen Markus Maas zusammentun mit Ruffy und mit Bonny und sie schlagen Markus Maas, er fliegt auch erst einmal weg und dann kommt das, was wahrscheinlich viele Leute jetzt beruhigen wird, Bonny verwandelt sich zurück. Sie ist wieder in ihrem zwölfjährigen Ich, in ihrer kleinen Mädchen-Form natürlich und sie ist vollkommen erschöpft. Also, die Attacke, verzerrte Zukunft, endet genauso, wie sie vorher auch geendet ist, nachdem sie sich in diese Buccaneer-Form verwandelt hat, nachdem sie schon einmal vorher versucht hat, Nika zu werden und es geendet ist in so einer Art Gear 3-Form von Ruffy. Auch danach war sie etwas erschöpft und ich glaube, gerade die Nika-Form hat sie so richtig erschöpft. Ich denke, das wird es dann am Ende auch mit Gear 5-Bonny gewesen sein und ich fand es halt nochmal cool im letzten Kapitel, dass Kuma sie in dieser Form gesehen hat. Ob wir sie noch einmal in Zukunft in dieser Form sehen werden und ob es dann mal für mehr reicht als einen Schlag, mag ich zu bezweifeln. Aber ich denke, solange sie nur aussieht wie Ruffy in der Nika-Form und einen Schlag abgibt, ist es auch vollkommen okay. Ich meine, wir haben so viele andere Teufelsfrüchte, wo man sich dann genauso in diese Form verwandeln könnte. Zum Beispiel Mr. Two mit seiner Klonfrucht oder halt auch Katharina de Waugh mit ihrer mystischen Soan, der neunschwänzige Fuchs. Eventuell auch Brûlée mit ihrer Spiegelfrucht. Auch da ist ja einiges möglich. Aber diese ganzen Früchte haben dann wahrscheinlich nicht die Fähigkeiten des Nikas und genauso wenig hat Jolie Bonny halt die Fähigkeiten des Nikas, außer halt eben dieses Aussehen. Und warum spreche ich jetzt hier gerade von Brûlée, von den Big Mom-Piraten? Es könnte möglich sein, dass wir diese in diesem Kapitel auch zu Gesicht bekommen. Denn jetzt geht es nämlich weiter mit dem antiken Roboter, der höchstwahrscheinlich auch einen Namen bekommt in diesem Kapitel, aber ich möchte nicht vorgreifen. Er ist natürlich wieder erwacht und die Teleschnecke ist auch wieder erwacht, Leute. Die Teleschnecke ist wieder da und die Übertragung geht weiter. Nur diesen Part über den Clan der D haben wir leider verpasst, weil in dem Moment wurde halt der Eisener Riese umgeworfen, weggeschleudert und ist im Meer versunken. Aber Vegapunk hat eine richtig coole Teleschnecke gebaut, die nicht einfach durch Erschütterung einfach kaputt geht, sondern einfach mal nur einen kurzen Sprung hat wie eine Schallplatte und jetzt noch mehr von dieser Nachricht abspielt. Wir bekommen eine weitere Enthüllung, auch wenn die jetzt nicht ganz so krass ist und wir die eigentlich im Grunde auch schon alle wussten. Er spricht nämlich davon, dass etwas weitervererbt wird. Er wird höchstwahrscheinlich innerhalb des Clans der D. Und das, was weitervererbt wird, könnte man als eine Art Wille bezeichnen. Ja, und das kennen wir ja schon. Der Wille wird weitervererbt in One Piece. Der weitervererbte Wille, das geht natürlich auch ohne vom Clan der D zu sein. Wir haben ja viele Charaktere, die auch ihren Willen weitervererbt haben, ohne von diesem Clan zu sein. Oder ist das vielleicht ein versteckter Hinweis, dass diese Charaktere insgeheim auch vom Clan der D sind? Na gut, das greift vielleicht ein bisschen zu weit, aber das bekommen wir jetzt hier gesagt. Und dann bekommen wir nämlich darauf wieder ein paar Reaktionen, diesmal von den Big Mom Piraten. Und vielleicht sehen wir da Brilé. Ich hoffe, wir sehen Katakuri. Und vielleicht sagen die auch sogar was zu dieser ganzen Situation. Und vielleicht erfahren wir ja auch irgendetwas über Big Mom, weil da ist ja auch so ein Thema, dass wir nicht wissen, wie es mit Big Mom ausgegangen ist. Müssen wir jetzt davon ausgehen, ist sie wirklich gestorben? Kommt sie noch einmal zurück? Wir haben ja im letzten Kapitel oder vorletzten Kapitel D.S. Drake gesehen, der ja auch wiedergekehrt ist. Gut, der lag nicht in Lava, aber der war halt eben auch in Onigashima beziehungsweise in Wano Kuni. Also, dass Big Mom zurückkehrt, ich schließe das immer noch nicht aus. Erinnert euch damals an das Interview mit Craig Werner. Er meinte auch, sich sehr sicher zu sein, dass Big Mom nochmal eine Rolle spielt. Und wir stehen kurz vor dem Elber-Fag, wo sie noch eine Rolle spielen könnte. In irgendeiner Weise. Und selbst wenn es in einem Flashback ist und wir erfahren, was dieser Riese damals tatsächlich gesehen hat und wen Big Mom tatsächlich verknuspert hat. Dann bekommen wir noch ein paar Reaktionen von Vivi und Morgans. Vapol wird jetzt hier zwar nicht erwähnt, wir könnten ihn aber im Hintergrund trotzdem wieder zu Gesicht bekommen. Und die große Frage, die sich hierbei wieder stellt, hat Vapol Vivi erzählt, dass sie ebenfalls vom Clan der D ist. Weiß Vivi um ihr Erbe, dass sie die Nachfahrin von Nefertari, die Lily, ist und dass sie vielleicht auch einen Willen geerbt hat. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass man hier erneut Vivi zeigt, denn ihre Reaktion, und die von morgens, haben wir jetzt doch schon öfters gesehen, auf die Nachricht von Dr. Vegapunk. Dann kehren wir zurück zum Schiff der Elber-Friesen. Und wie ich ja schon gesagt habe, Bonnie ist mittlerweile bewusstlos geworden. Sie ist wieder ein kleines Mädchen. Und die anderen Gorosei sind auch dort mittlerweile eingetroffen. Erinnert euch, im letzten Kapitel haben sie ja gesagt, sie haben eine komische Präsenz gespürt und sind dann direkt dorthin geeilt, zum nordöstlichen Strand von Eckert Island. Das war höchstwahrscheinlich die Präsenz von Nika. Und scheinbar können sie den spüren. Ich würde das nicht ausschließen. Und sie versuchen natürlich, das Schiff anzugreifen und aufzuhalten. Aber da passiert es dann, auch das, was ich so ein bisschen erwartet habe, der Eiserne Riese erinnert sich zurück. Er hat ein Flashback an Joy Boy. Und das, was Joy Boy ihm damals aufgetragen hat, er nennt ihn MF, was ich irgendwie cool finde. Hat ein bisschen Bezug auf Zurück in die Zukunft. Doc Brown hieß ja auch MF. MF Brown. Vielleicht gibt es da einen Bezug. Ist ja auch ein Wissenschaftler in gewisser Weise. War Joy Boy ein Wissenschaftler? Wurde der Eiserne Riese von einem Wissenschaftler gebaut? Kleine Zusatzinformation an diesem Punkt. Da soll wohl in der Übersetzung verloren gegangen sein. Der Eiserne Riese redet in etwa wie ein 10-jähriger Junge. Das ist so seine Persönlichkeit, die er hat. Macht daraus, was ihr wollt. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant. Und er hat ihm damals gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Zeit reif ist, dann musst du. Was er muss, das erfahren wir nicht. Hier endet der Flashback. Und der Eiserne Riese tritt in Aktion. Ich beziehe mich jetzt hier auf den Spoilern, was hier steht. Ich kann es mir bisher noch nicht so ganz vorstellen, weil es klingt echt wild, was jetzt passiert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Eiserne Riese höchstwahrscheinlich auf einer anderen Seite gelegen hat, als der Nordostküste. Aber in den Spoilern heißt es hier, der Eiserne Riese macht einen Sprung. Und zwar aus dem Meer zu den Gorosei, die ja an der Nordostküste jetzt sein sollen, zu Topman Workery und greift den an. Und er muss an der Nordostküste sein, denn Raffi sieht den Roboter auch und ruft dann auch einfach nur Roboter! Ja, und der greift jetzt die Gorosei an. Also auch das, was wir prediktet haben, dass er jetzt dafür sorgen wird, dass die Gorosei das Schiff aus Elbaf nicht verfolgen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann er alle fünf Gorosei gleichzeitig aufhalten? Das halte ich auch für ein bisschen zu krass. Es sei denn, der ist jetzt hier im Overdrive-Modus, was sich auch erklären könnte, warum er diesen riesigen Sprung gemacht hat. Einmal fast quer über die Insel, zumindest so in meiner Vorstellung, ich habe ja noch keine Bilder gesehen, und die Gorosei angreift. Ja, die hat ein leichtes Spiel, den einfach umzuwerfen und wegzustoßen, weil er sich nicht gewehrt hat. Aber jetzt kämpft er wohl gegen die Gorosei und vielleicht erfahren wir auch, was er damals in Mary Joa vorhatte. Vielleicht hatte er auch damals vor, gegen die Gorosei zu kämpfen und dann würde eine ganz alte Theorie von mir wahr werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Kapitel weitergeht. Ich denke, jetzt können alle oder zumindest die meisten zufrieden sein. Ja, wir haben keine Katastrophe bekommen in diesem Kapitel. Die einzige Katastrophe, die wir haben ist, nächste Woche ist eine Pause, aber damit konnten wir ja auch rechnen nach drei Kapiteln. Das Kapitel insgesamt wird auch wieder nur 13 Seiten haben, also genauso wie Kapitel 1118. Einige machen sich schon wieder ein bisschen Sorgen um Oda. Vielleicht ist das aber auch absichtlich, damit er die Cliffhanger besser platzieren kann. Ist ja auch sehr gut möglich. Und ich bin auf jeden Fall gehypt, weil ich denke mir, das ist das bestmögliche Ergebnis, was man nach Kapitel 1118 hätte machen können. Das habt ihr mich ja auch noch gefragt im letzten Q&A. Was wäre für dich das perfekte Ergebnis? Das habe ich ja in etwa vorausgesagt. Ich habe jetzt nicht mit Sanji und Frankie gerechnet bei dieser Kombo-Attacke, aber ich habe gesagt, es wird eine Kombo-Attacke geben zwischen Ruffy und Bonnie und dann wird sie wieder normal sein und wir haben uns alle umsonst so ein bisschen aufgeregt. Naja, ich will nicht sagen umsonst aufgeregt, weil es hätte ja schlimm werden können. Aber jetzt sind unsere Bedenken weggeblasen. Oder jetzt geht es uns wieder allen gut. Jetzt können wir sagen, One Piece ist doch keine Katastrophe, sondern es geht wieder weiter. Es ist wieder Peak. Also meines Erachtens nach. Ich fand es jetzt am Ende cool. Wir haben Bonnie in der Nika-Form gesehen. Richtig cool. Soll uns Oda vielleicht sogar noch mehr Nika-Form zeigen in der SBS-Fanpost. Die müssen ja nicht in der Story auftauchen. Erinnert euch, er hat ja auch mal alle Supernova als geschlechtsverändert gezeigt und Trafagalor ist dann irgendwann wirklich als Frau aufgetaucht, wenn auch nur kurz. Und es war halt dann für die Lols, für die Gags und im Grunde ist doch Nika genau dafür da, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und dabei sollten wir es dann am Ende auch belassen. Ich bin jetzt aber gespannt auf eure Reaktion auf diese ersten Spoiler. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Spoiler und natürlich viel mehr One-Piece-Content. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme und tolle Zeit. Ich sage Ade.